Yo, yo, was geht ab? Ich bin der Backupstart, aber warum kamen die letzten Tage auch keine Videos, Lolli? Wie ihr gerade schon ein Video gesehen habt, man, wieder seit langem. Ein neues Video. Wann kam mein letztes Video? Ich glaube, am... Boah, lass mich nicht lügen. Donnerstag? Nee, Mittwoch. Doch, Mittwoch war das letzte Video. Oder Dienstag, ich hab selber keine Ahnung mehr. Aber was ist überhaupt los, Lolli? Wieso haben keine Videos? Es hat zwei Themen. Das erste ist das klassische Argument, ich hatte keine Zeit. Ja, das sagen sehr viele, aber dazu habe ich wirklich Stress gehabt, weil ich habe es, glaube ich, knapp 3 oder 4 Arbeiten jetzt in 2 Wochen geschrieben oder etwas weniger. Ich muss noch ein paar Arbeiten schreiben und ich schaffe es zeitlich einfach nicht, mir Videos aufzunehmen. Das ist einfach schrecklich momentan, aber ich kann versprechen, nach diesem Monat, also dann, ähm, kann das sein, ja. Wir müssen März haben. Im April müsste wieder aktiv Videos kommen, falls ich nicht komplett verkackt habe. Also, Leute, hört hin, April bin ich wieder da, sozusagen, aber da habe ich wieder genug Zeit. Da werden auch viele Streams kommen im April, beziehungsweise Ende März jetzt auch eventuell. Muss ich mal schauen, wie ich Zeit habe. Aber was habe ich die zweite Ausrede? Du hast doch gerade eben gesagt, du hast eine Ausrede, du hast aber noch eine andere Ausrede. Ja, es gab ein Problem mit meinem Aufmerksamkeit, da muss doch genau was geklärt werden, weswegen ich das auch auf den Supportblabla angeschrieben habe. Aber es war schon ein größeres, größeres Thema. Und, ich weiß nicht, ob ich davon erzählen soll, ähm, nee, ich erzähle mir am besten mal nicht davon. Das kann ich mir mit einer anderen Story mehr so raushauen, weil so Storytelling oder whatever als Video klicks und klicks, Leute. Äh, ja, ich bin mal, glaube ich, den letzten Tag gar nicht am PC, von daher konnte ich auch gleich lesen, ob ich in welche neue Kommentare geschrieben habe. Aber heute ist auch ein neues Update, nämlich Lolli 2.0. Warum Lolli 2.0? Ich habe mich dazu entschieden, da ich momentan eigentlich immer nur auf YouTube aktiv war und nirgendwo anders. Komm, Lolli, du hast doch Social Media Network, äh, Accounts, beziehungsweise, ja, in fast allen populären Social Media Webseiten habe ich ja auch Accounts, die ich natürlich auch jetzt verlinkt habe, beziehungsweise neu verlinkt habe, da ich mich jetzt überall mal wieder alle Profil geupdatet habe, beziehungsweise mal ganz Profil geupdatet habe. Ich habe mitbekommen, dass jede Social Media, äh, jede Social Media Plattform irgendwie anders Profilbild, anderer Tags und alles anders ist, sodass man mich eigentlich gar nicht wiedererkennt, beziehungsweise auch zum Teil anderer Namen. Von daher, Lolli hat sich mal alle Social Media Profile abgecheckt, beziehungsweise geupgradet. Ich habe es, glaube ich, bei Instagram irgendwie so ein Business Profil, because I can. Nee, weil das bringt da sehr viele Vorteile, dadurch könnt ihr mich natürlich auch einfach kontaktieren und so weiter. Das habe ich jetzt geupdatet, ich habe mein Instagram wieder auf den neuesten Stand gebracht, ich werde so auf Instagram aktiver sein. Nicht so aktiv, aber ich versuche aktiver zu sein. Da postet ihr mal einen Link unten rein. Das ist halt noch so schön, dass geupgradet, äh, geupgradet sei schon, geupdatet, wollte ich eigentlich sagen. Ich habe jetzt irgendwie, um das Business Profil hatte ich jetzt irgendwie so eine Facebook-Seite erstellt, weil ich das irgendwie brauchte für das Instagram-Zeug. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber jetzt habe ich auch eine Facebook-Seite. Obwohl ich Facebook gar nicht nutze. Ich benutze kein bisschen Facebook und habe es, ich weiß gar nicht, warum ich dort ein Profil erstellt habe. Ich glaube, wo es gerade im Hype war vor ein paar Jahren, ja. Und die brauche ich einfach nicht, sage ich mal so. Also ich kann euch einfach unten verlinken, aber ich glaube, es wird euch eh nichts bringen, da, glaube ich, keiner von euch richtiger Facebook-Suchti wird. Aber, äh, Twitter wird es wieder aktiver sein, ja. Ich habe, ich schreibe euch unten mal den, äh, Twitter-Namen rein, damit jetzt ab sofort wieder aktiv Posts kommen, beziehungsweise zum ersten Mal aktiv Posts. Da ich auf Twitter fast noch nie aktiv war. Manchmal kommt schon Leute, jetzt gönnst du einfach mal, weil ihr sollt mich hier auch immer wissen, weil es irgendwas los ist. Und zum Beispiel so könnt ihr immer Bescheid wissen, falls irgendwas nicht kommt und so weiter und so fort. Also wenn ich einfach mal alles, alles so verlinken, wer Interesse hat, kann da, glaube ich, auch mal reinzappen tun die Leute dort nicht. Was tun denn da? Abonnieren? Heißt doch noch abonnieren oder? Ich habe selber keine Ahnung, ich muss wieder... Glaub auf, auf Twitter kann man sich folgen, auf Instagram kann man sich auch folgen, aber auf Facebook kann man, glaube ich, abonnieren, kann das sein? Oder täusche ich mich da? Schaut es mir am besten unten rein, weil ich habe selber keine Ahnung. Und ja, das ist eigentlich so, wie der Inhalt vom Video, man wieder richtig schön Mutti-Geld hört, natürlich auch komplett raus. Und da habe ich, glaube ich, gerade einen Fehler gemacht, weil hier kann ich nicht mehr weg. Das große Scheiß. So, jetzt aber bitte. Ja, wo muss ich jetzt? Na, da, hau, blolli. Was? Ach, ich will so verarschen. Das war eigentlich so vom Video. Kleines Infovideo. Nein, ich bin nicht tot. Nein, ich wurde nicht überfahren oder was sich anderen Leute so ausdenken. Und jetzt muss ich irgendwie so... Ah, ja, mir geht es auch gut. Bald werden, gegen Ende März, es kommen jetzt auch Streams. Ja, oder haben wir überhaupt März? Oder bin ich schon mit einem Monat verrutscht? Ich habe aber noch was für euch Tolles geplant, was wirklich sehr, sehr aufwendig. Von daher war ich noch nicht für meine Reichweite geeignet. Von daher wird es eventuell in den nächsten Jahren, nächstes Jahr oder halbes Jahr, je nachdem, wann ich so meine Popularität erreicht habe, bis es auch möglich ist. Aber was geplant habe, was mich wirklich, glaube ich, sehr viele freuen wird. Aber jetzt kaufen wir erstmal ein und dann eine kleine PvP-Zene, das übliche halt. Und dann war schon wieder in PvP-Zeit erstmal alles kaputt. Mein neuer Standardspruch. Oh Gott, ich bekomme richtig Schläge, aber bis jetzt... Oh, Zähl geholt. Ist schon ganz lecker. Oh Gott, den Typen müssen wir draufgehen, weil... Yo, richtige PvP-Maschine hier. Oh, noch einen. Lol. Ich staufe richtig ab. Ich glaube, ich muss bei längerer Zeit nicht zocken, weil dadurch komme ich... Oh Gott, jetzt hat er... Jetzt hat er Bein auf mich abgesehen. Wollte ich verarschen? Ich verpiss mich jetzt einfach. Hört auf. Nein, wieso ich? Du jetzt, du warst das. Das weißt du ganz genau. Das gibt Schläge, das weißt du ganz genau. Und du staubst mir jetzt nichts ab. Wehe, du staubst mir jetzt ab. Oh Gott, jetzt schnell renn weg, Lolli. Renn. Nein. 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 Hör auf. Hör auf. Ah, ah. Jetzt können wir schön abstauben. Ja. Uh. Ey, der hat ja auch richtig geistig für mich gehabt. Helga, gar nicht ein geiles Schwert gehabt, der hat ein geiles Schwert. Lol. Der da. Der Luki, der Spieler. Glaub. Ah, ah, Luki. Ich verpüße dich einfach. Du spielst mit Scheiß. Eigentlich hasst er Angeln. Das weißt du ganz genau. Luki, ich hasse Angeln. Das wissen wir beide. Und wieso todst du mich schon wieder? Ich kapier das schon wieder nicht. Mein Endgegner hier. Ich werde hart verkacken. Aber ich werde ihn jetzt aber jetzt zerstören. Wo ist der liebe Luki? Wo versteckt er sich? Luki. Keine Angel. Keine Angel. Hör auf. Was hast du für eine krasse Range hier? Uh, Luki. Pass auf. Das ist voll krass Range. Respekt. Jetzt komm mal her, Luki. Jetzt hast du schon der Hexe noch abgeturnt hier. Wenn ich auf gar keinen Fall bekomme. Falsch gedacht. Jetzt komm her. Ah, ah. Hör doch auf. Luki. Ja. Wir werden dir bekommen. Was? Hör auf wegzurennen. Du regenerierst es hier bitte nicht. Ah, ah. Na also geht doch. Win is easy drin. Bin noch am Leben. Schreibt was irgendwas rein. Irgendwelche Videoideen wie immer. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Loli.